Hallo und willkommen zurück zu Vampire die Mascarada Bloodlines und ich wollte mal kurz hier reingucken. Genau, die Lagerhalle liegt nun auf dem Grund des Pazifik. Einzelteile stecken in einem Rasen in Pasadena Essensitum davon, äh, Tum. Ja, das ging ziemlich schnell sogar mit dem Durchschleichen und wieder rausrennen. Sonst habe ich da mal ein bisschen länger gebraucht, weil ich einen anderen Weg gegangen bin und da etwas länger schleichen und kämpfen musste. Kann ich eigentlich an den Computer sehen? Nö, schade. Schön, dass du dich freust. Kennst du den Namen Beckett? Ich habe mit ihm gesprochen. Nö, schade. Hm, es muss etwas Großes passieren, wenn er in der Stadt ist. Beckett ist eine Art Historiker. Er ist auf der Erde mehr Vampire-Lore als jemand. Das ist alles, was Beckett macht. Seht die Wahrheit hinter unserer ... ... Kondition. Hm, ja, es ist halt schade, dass er da keinen Bezug zu Redemption so richtig nehmen will. Dann wär ... ... da Christoph eigentlich noch da und der hätte ja ein bisschen Ahnung von der ... ... äh, Geschichte. Zumindest ... ... vom 12. Jahrhundert. Hm, Bertram, ich muss dir ein paar ernsthafte Fragen stellen. Joa. Was brauchst du? Welchen Deal hast du mit Therese Woman abgeschlossen? Das war nur schuldige Vampire-Politik. Keine mehr. Du bekommst an diesen typischen Dingen. Das hörte sich aber recht ernst an. Äh, natürlich hat es das gemacht. Als Vampire und Mädchen beide nicht genug genug waren. Wir holen sie zusammen in einem Malkavian-Bot. Und schau, was passiert. Hm. Äh, erzähl mal von deinem Dramakönigin. Von deinem Dramakönigin. Von deinem Dramakönigin. Ja, keine Schade. Jetzt, dass Camarilla in L.A. Therese will den Titel von Prinz von Santa Monica. Ich glaube, sie hat mich als eine Gefahr gesehen. Die lustige Sache ist, dass ich weniger. Willst du die Position? Ich will nicht der Prinz von Terre Haute sein. Ich lasse diese Hände an die Ventrue. Außerdem gibt es nur vier Vampiren in all Santa Monica. Hm. Einem König. Hm. Ich überlege gerade. Die Therese? Er? Wer denn noch? Ich kenne nur zwei. Gut, wenn man jetzt Janett noch mit dazu zählt. Dann sind es drei. Ich habe keine Ahnung. Aber ich wollte dich noch mehr fragen. Ich erzähle das mal nicht rum. Das ist das. Wobei es eigentlich egal ist. Erzählt oder nicht. Ähm. Ich bräuchte ihn. Ich bräuchte ihn. Was weißt du über Lacroix? Was will ich sagen? Er ist jetzt der Boss? Ja und wer ist der Typ, der meine Erzählung enthauptet hat? Er ist Lacroix's Iron Fist. Keiner weiß wirklich den Sheriff. Außer Lacroix. Keiner weiß sogar den Mann. Keiner weiß sogar den Mann. Es gibt viele Rundfunker über ihn. Ich habe gehört, dass Lacroix ihn in Afrika über 100 Jahre vorgebracht hat. Obviamente, sie zusammen arbeiten gut zusammen. Wer noch jemand eintritt? Rodriguez. Von dem, was ich höre, ist er eine liebevolle Art. Und das ist ein Problem. Nines Rodriguez ist der Typ, den du auf deinem Seite möchtest. Und mehr Kinder gehen jeden Tag anarkt, weil ich bin. Will ich noch nach den anderen Sachen fragen? Ach Jo, oder? Ich wollte dich noch wegen den Clans befragen. Erzähl mal von den Buchern. Sie sind ein paar Malkontenten. Sie werden durch die Rundfunk aufgeräumt. Das ist schwer. Nichts wird schneller als Kontent. Und das ist, was die Brujahen sind. Jealousie und Kontent. Das sind nicht irgendwelche Anarchisten. Einen anderen kleinen Befrag. Die Gangreel. Sie fangen sich an, wie sie sich an, wie sie sich an. Sie fangen sich an, wie sie sich an. Sie fangen sich an, wie sie sich an. Sie fangen sich an, wie sie sich an. Es ist alles nur ein Akt. Gangreel kann aufgeräumt. Sie sind einfach nicht zu. Okay. Sicher. Dann erzähl mal was zu den Malkavianern. Malkavianern sind, äh... Interessant. Es gibt etwas zu ihnen. Lernen, um die Wissen aus dem Blödsinn zu lösen, kann etwas Arbeit sein. Und, äh... Nicht alle von ihnen sind wertvoll zu hören, aber, äh... sie sind alle gut Spaß, wenn du mich fragst. Ja. Die Anarchisten. Ja, ich respektiere, was sie tun. Äh, ja. Die Rottkrieges haben wir schon gefragt. Eine andere Sektor. Die Kamarilla. Ja. Die Kamarilla. Ja. Die Kamarilla! Ja. 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 Die Kamarilla. Ja. Ja. Die Kamarilla. Die Kamarilla. Ja. Ja. Die Kamarilla. was im allgemeinen Erfolg geht? was ist mit einer Hobbyf sau Earth und einer ganzen Saataste? Und, was ist mit einer Watching-ulan Zeit noch an?! Was ist Es ist nein. Ich habe aber somit gehombres. Wenn LaCroix nicht so nicht ihn teams zuver курchen. Hm... ... Na jaa. Hm... Gut, wenn man sich jetzt so gar nicht mit auskennt oder es auch nicht weiß, dass man gewissen Meghaner wurde, ist das natürlich blöd. Ich meine, wenn man dann normal zur Arbeit aufsteht und dann raus in die Sonne geht, dann hat sich das eh gegessen. So, dann erzähl mal. Achso, Savat, hat man das nicht schon? Sie fragt mich, der Savat macht keinen Sinn. Sie können nicht mehr über die Maske-Rate interessieren und sie seien, dass sie sogar mehr über sie selbst interessieren. Es ist wie, hey, wir werden alle Hör auf der Erde spüren, damit wir groß und schlecht fühlen. Ups, ich bin tot. Jetzt, wie hat das passiert? Hm, okay. Das war's, was wir Ihnen fragen könnten und dann sage ich, bis dann. Und, was haben wir hier? Neu ist die Lagerhalle. Achso, erstanden sie Brunzlerkreuz in L.A. im L.A. Taubericht. Okay. Da kann man hier wohl eigentlich nichts weiter mehr machen oder wie oder wat. Da kann man nicht rein. Da ist jetzt ruhig, komischerweise. Ich wollte gerade sagen, jetzt sind hier irgendwie alle weg, aber es sind ja ein paar da. Ich hier nochmal rein. Aber hier gibt es, glaube ich, jetzt auch nichts Neues. Na, sind sie halt wieder da. Oh, er ist nicht mehr da. Hm. Okay, sie bedient Leute wie mich nicht. Man kann einfach hier hinter. Da leider nicht rein, schade. Und hier ist richtig viel los. Zwei Leute, die was wollen und mehr halt nicht. Aber Santa Monica ist eh nicht so, so befüllt mit Menschen. Hm, schade. Ich wollte eigentlich die Quest mit dem Typen noch machen. Aber ich weiß halt auch nicht mehr, wie man die macht. Was man da rausfinden musste. Und ob das nur hier geht. Ich meine, was haben wir hier? Ähm, Matschige Jagd. Achso, nach Mutti Mike. Äh, dann müssen wir nach Downtown. Das wäre dann, glaube ich, hier irgendwas Neues, glaube ich. Im Skyline Apartment, ja, an der 2A. Da gucken wir dann auf jeden Fall nochmal rein. Hier müssen wir auch dahin. Äh, hier konnten wir nichts rausführen, äh, rausfinden. Und hier müssen wir auch nach Downtown. Also können wir hier eigentlich nichts weiter mehr machen. Okay. Dann würde ich sagen, nehmen wir mal hier das Taxi. Dann vielleicht mit der Seite. Fahren Sie einfach weg von hier. Fahren Sie. Ich sage Ihnen, wenn ich die Stimmung, wenn ich in Stimmung bin. Fahren Sie einfach. So, hier haben wir Santa Monica und hier haben wir Downtown. Und da fahren wir, lassen wir uns direkt mal hinfahren. Und gehen dann wahrscheinlich erstmal zum Prinzen. Baf, weggekloppt. Dass wir das überlebt haben. Und da fahren wir, lassen wir es. Wir nehmen es und bleiben es für die Sonne. Wir werden uns viel Spaß mit diesem. Ich denke, du kannst unsere Warehouse aufbauen und weggehen mit dem. Ah, Lick. Fuck. Let's blast its eyes and its tongue and its teeth. I want its teeth. Camerilla, fuck. Boys, I think we could all use a little entertainment. Those of you sitting in the first few rows will get wet. Son of a bitch! Leave. There's three of us, Rodriguez. Yeah. Three of us. What are you gonna do? Shoot us? This ain't over. We'll find you. You too, Rodriguez. You're both dead. Nobody messes with a Sabat and lives. Keep moving. Trouble sure seems to like you. Good effort. Execution needs a little work. You look like shit. Name's nice. Hey, thank you for the help. Da haben wir ja... Da saßen wir schon wieder ganz schön in der Scheiße, ne? Wobei der eine, der hat ja praktisch zu uns geredet, hätte ja eigentlich mal Kaffee anders sein müssen. Danke für die, ich hab deine Hilfe nicht gebraucht. Ich wäre auch selbst mit Ihnen fertig geworden. Nooo. Ja, nee, ich finde diese Sätze immer so sinnlos. Ich meine, wir waren definitiv unterlegen. So, danke für die Hilfe. Should have been more careful, Nubi. Bunch of shovelheads like that. They walk tough, but they scare easy. Just tear an ear off or something. Nein, oh, abreißen. Ging nicht, ich lag auf dem Fußboden. Ich wäre schon mit Ihnen fertig geworden. Want me to go get them? Äh, willst du, dass ich sie mir hole? Ah, schon okay. That's what I thought. Kid, I got things to deal with. Why don't you pay me a visit at the last round tonight? I don't know, what you've heard so far, but it's time you heard the real story. Das mach ich. This is a mean existence. Stay out of trouble, Kid. Ja, ist nicht so einfach, wenn mir solche Aufträge gibt. Wie haben die rausgefunden, dass ich das war? Und wieso so schnell? Und überhaupt? So, da sind wir in der neuen Stadt. In einer neuen Stadt. Beziehungsweise ist die Stadt nicht neu, sondern... Na, ist egal. Ihr wisst, was ich meine. Jo, wir sind... Sie haben den Sabbat-Angriff überlebt. Ja, schon zum zweiten Mal jetzt. Und hier ist nichts Neues. Wird euch sagen, würde ich sagen. Wir gehen erst mal zum Lacoix. Ich speichere nochmal fix. Und ich bin mir nicht... Nee, ich dachte, ich könnte hier irgendwas benutzen. Gut, da habe ich mir falsch gemerkt. Und... Ah, hier. Hier ist es schon, oder? Ich bin sonst immer da ein bisschen... hin und her gelaufen. Bisschen in die falsche Richtung. Genau, da steht jetzt ganz groß Lacoix. Und den kennen wir schon, den Dicken hier. Ja, das ist schon komisch. Na, also ich meine, da musst du richtig Glück gehabt haben, weil... Mit so einer Schlappe als Sicherheitsmensch und dann hier im Empfang... Ja, ich will mit Lacoix sehen. Ja, was glaubst du denn? Für wen arbeitest du denn? Ah, danke. Ist das nicht das ähnliche Wort für Brocken? Ah, ja, ich get that all the time. That ain't goes back to my football days. Oh, actually, my fantasy football days. At the station. Stationarium. That was this office supply out the mall I used to watch. Hey, you kids. No skating in the parking lot. Hey, come on. Naja, schon fast ein Ballsaal, aber so mit Schlafen und so ist ja nichts, ne? Und das ist irgendwie ein toller Schreibtisch. Hier mit dem Brieföffner. Und die zwei. Kann ich mit dir reden? Der ist aber echt groß, ne? Dicht und zu uns. Hier bist du. Ich wurde von deinem Präsent in dem Geburtstag informiert. Seitdem du hier bist, nehme ich die Freiheit, zu erinnern, dass du das Werkstatt zerstört hast. Das ist korrekt, ja? Nee. Ja, das heißt... Meist exzellent. Ich hatte keine Werte, dass du meine Entscheidung ein prudente. Ich glaube, dass du keine Abhängungen auf deinen Progresso aufgrund meiner Person. Was? Was? Ich habe jetzt nicht das mitgläsend, oder? Das ist meine Entscheidung, weil ich habe, du wirst es noch nicht. Er hat mich immer die wahren Gesicht gezeigt, aber mir auch nicht. Doch! Ich meine, Kyure hat echt den Vogel abgeschossen. Nee, das zweite. A taste of what's to come. You have no idea. You've done well, circumstances being what they were. I will admit, not many in your position would have overcome such a trial. But don't misunderstand me. It was no fool's errand. You may yet prove to be a genuine asset. It's a bit disturbing the lack of talent within this organization as of late. Tell me, what would you say to doing a bit of reconnaissance for me? What would you say to doing a bit of reconnaissance for me? Don't be so hasty to inflate your own worth. You've succeeded once, very admirable. But in the grand scheme of it all, an infant's stride of progress. If you're looking to make a name for yourself, listen very carefully. There have been whispers, rumors spreading around the kindred community concerning the Elizabeth Dane. The cargo ship that was towed into port recently. Have you heard of it? I don't know if someone told me something about it, but I'll say no. The Dane was found out at sea. The reports say it was without crew, but they have yet to report a fate of said crew. The police are investigating the Dane as we speak. Even the Nosferatu have little information on what's been found. However, the reason the ship has caused such speculation is because it was transporting an object called the Ancaran Sarcophagus. Now, I'm not one to predicate a decision based on conjecture. So what I need is fact. And more importantly, I need evidence that the occurrences on the Dane were not supernatural in nature. And in no way relate to this Ancaran Sarcophagus. You have three objectives. One, I want you to examine the Sarcophagus for anything unusual. You may sense something peculiar about the Sarcophagus. In fact, many kindred in the city have reported an uneasiness in the air since the Dane's arrival. Do not, under any circumstances, open the Ancaran Sarcophagus. Secondly, the police have begun their investigation. Find out what they have concluded thus far. Thirdly, take the cargo manifest for the ship. I want to find out what else it was carrying. The last thing we want is police aware of our existence. So be careful what you do in front of them. And unlike the warehouse, you cannot wholesale slaughter a ship full of lawmen without consequences. Is this understood? Good. Oh, and it has come to my attention that you had an encounter with Nines Rodriguez earlier. The man's soap does love to throw that cretinous charm of his brashly about. What exactly did Mr. Rodriguez say? Eigentlich nicht viel. Genau, er hat mich gebeten, ihn im Last Round aufzusuchen. I see. Then, you should go humor, that by the numbers, rhetoric he so desperately aching to spew. Or please, before the chance of fascist oppressor from that dive of theirs, clog the air and choke the local kind. Na schön, mach ich. Give the Anarch-Community my regards. Okay. Na, ob die da so glücklich sind, wenn ich so eine schöne Grüße von ihm ausrichte. Was haben wir hier? Der Prinz will, dass sie die Elizabeth Dane untersuchen. Aber zuerst sollten sie Nein Rodriguez, Nines, in der Bar namens Last Round aufsuchen und herausfinden, warum er mit ihnen reden will. Ja. Und hier haben wir nichts weiter. Doch hier. Die Lagerhaling. Ach so, ja. Okay. Gut. Gude. Die. Apropos. Ich habe neun Punkte. Und ich muss auch. Ich überlege, wie ich es mache. Schlösser knacken müsste ich auch noch hoch machen. Da würde ich geschickt eigentlich nicht schlecht. Für die, für das Schiff brauche ich auf jeden Fall schleichen. Weil ich überlege, ob ich als, so als Bucher einfach nur mich durchkloppe. Aber Schlösser knacken wäre noch nicht schlecht. Ich lasse es mal noch. Und da gucken wir mal, wie wir weitermachen. Wir müssen ja eh noch ein paar Leute besuchen. So. Aber, das sehen wir dann alles erst in der nächsten Folge. Bis dahin. Tschüss. Tschüss.